Ekapada Pavana Muktasana gehört zu den wichtigen Übungen, gerade im Rücken-Yoga. Wörtlich ist es die einfüßige Bauchbefreiungsposition oder auch die blähungsreduzierende Stellung. Arjuna zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Rückenlage, auch genannt Anandasana, Stellung der Freude oder auch genannt Shavasana, Totenstellung. Von hier schließt du beide Beine und beugst dann das rechte Knie und ziehst das Knie zum Brustbein hin. Und das ist auch schon Ekapada Pavana Muktasana. Ek heißt ein, Pada heißt Fuß. Von Pavana Muktasana gäbe es ja auch die Möglichkeit, Dvipada Pavana Muktasana eben beide Knie zu dir hinzuziehen. Pada heißt zum einen Fuß, aber wie in manchen Teilen Deutschlands wird Pada manchmal nicht nur für den Fuß im engeren Sinne verwendet, sondern eben auch für das ganze Bein. Eigentlich könnte man es auch hier nennen Ekapada Pavana Muktasana, denn du fasst an ein Janu, an ein Knie. Wenn du hier ausreichend geübt hast, kannst du die andere Seite üben. Nimm in der Zeit ein paar Worte zur Wirkung von Ekapada Pavana Muktasana. Indem du das Knie zu dir hinziehst, wird das Gesäß gedehnt. Indem das Gesäß gedehnt wird, wird noch die Hüftkreuzbeingelenke leicht gedehnt und manche Spannungen im Gesäßbereich verschwinden. Wenn Gesäßverspannungen verschwinden, dann kann auch der Kreuzbereich sich entspannen. Zum anderen wird die Lendenwirbelsäule langgezogen, was gut ist für die Bandscheibe und auch gut ist, dass die kleinen Zwischenwirbelgelenke auch sanft gedehnt werden. Das kann Verspannungen in den kleinen Muskeln zwischen den Wirbeln reduzieren. Und so gehört diese Stellung zu den Stellungen, die relativ zügig bei Lendenschmerzen zur Entspannung und Linderung führen können. Die Übung ist aber auch besonders gut für die Bauchorgane. Das ist eine sanfte Massage für den Bauch. Und angenommen, du hättest Blähungen, Pavana hat ja auch etwas mit Wind zu tun. Pavana hat damit auch etwas mit Blähungen zu tun im Bauch. Dann kann die Luft sanft entweichen. Pavana gilt aber auch als ein anderer Ausdruck für Vata. Und so hilft diese Stellung auch Menschen mit einem zu hohen Vata, zur Ruhe zu kommen und sich in ihrer Mitte zu zentrieren. vậymmelchen. Pاء